Hallo Leute, ich bin am Arsch. Ich höre für ein paar Tage mit YouTube auf. Bisschen warum? Ich hab keine Angst vor dem Laptop. Den Laptop? Warum meine Mama kaputt gemacht hat? Warum hat er mich ausgedacht? Ich werde mir lange keine YouTube mehr machen. Wenn ich mich abholen und abholen werde, hätte ich mir das vorher gemacht. Ich bin so am Arsch. Mein Vater wird mich umbringen. Mein Vater wird mich umbringen. So live. So live. Vielen Dank.